Seid gegrüsst Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima. Hier ist euer Don. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir gehen hier auf eine weitere Nebenmission. Und zwar handelt es sich hier um den Preis der Angst. Und der Herr steht auch schon hier. Mal sehen, was er hier uns berichtet. Er ist tot. Ich muss die Hütte finden. Wenn möglich, seine Familie retten. Okay, dann gehen wir mal die Strasse rauf. Sollte er uns direkt dorthin führen. Noch schnell einen Check machen. Okay. Das muss die Familie, dass man das sagen. Okay, wir kommen hier rein. Öffnet die Tür. Mein Name ist Jin Saka. Der Geist. Ihr habt uns vergiftet. Reicht euch das nicht? Ich tat nichts dergleichen. Was ihr bei der Burg angerichtet habt. Wir haben all diese Menschen getötet. Es waren Mongolen. Ich würde euch nie schaden. Wenn ihr hingeht, folgt euch der Tod. Wir lassen euch nicht herein. Ohne Medizin und Essen sterbt ihr. Ich bringe sie euch. Auf dem Berg sollte ein Lager sein. Wolltet allen vorreden. Okay. Auf dem Berg sollte ein Lager sein. Dann komm. Das war's für heute. Hier haben wir gleich ein mongolisches Lager. Okay, okay, okay. Mal sehen, ob ich... Okay, nun gut. So, was ich denn hier machen werde? Ich muss jetzt das mongolenlager aufräumen. So, bis ich die mongolus verletze die Gegner mit einem Schwarzpulver. Komm zurück. Schwarzpulverbombe in drei stück. Okay. Hier sind zwei stück, hier ist einer alleine. Okay, dort oben scheint. Dann anführe zu sein. Okay, mal sehen, ob es klappt. Okay. Was ist das? Oh, das ist nett. Oh, das ist nett. Komm schon, Turjin. Komm schon. Komm schon. mindestens zwei Stöcke Ok, so mein erster Versuch hat nicht funktioniert aber wie wäre es ein zweites Mal hier? und zwar dieser hier hat keinen Helm an das ist unser erstes Opfer so, zwei Typen haben einen Helm aber wir können natürlich hier einen Kittenautentort ausüben Ok, das sollte uns ein bisschen Zeit verschaffen Ja, es ist wichtig immer eine saubere Klinge zu haben Ok, so und dort oben haben wir ja, das ist sicherlich der Anführer Ja 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 Okay, also einfacher kannst es mir nicht machen Ja, das hat niemand gesehen Ich glaube der ist im Zelt Ich glaube der ist im Zelt Unser Ziel ist immer noch der Vorrat. Eigentlich sehen wir deswegen hier. Ich bin der Vorrat. Die haben alle einen Eisenhelm an. 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 Okay, ich habe genug von mir. Okay. 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 Essen sollte die Leute stärken. Okay. 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 Ja, das war nicht geschickt. Okay. 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 Prinzipiell. Das war es für den Gipfelwochposten. Okay. Und wir machen noch weiter mit der anderen Mission. Okay. 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 Komm herr! Komm herr! Komm herr! Ihr seid verwundet. Lasst mich euch helfen. Niemand kann mir jetzt noch helfen. Tut mir leid. Was ist mit den anderen? Sie sind alle tot. Es waren die Mongolen. Und als wir nicht starben, kamen sie mit Feuer. Hätte ich euch nur hereingelassen. Ihr seid zurück. Findet Frieden. Wie sollen wir überleben, wenn wir einander nicht finden? Wie soll ich jetzt kommen? Okay, das war jetzt für der Preis. Herr Angst. Das war jetzt. 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 Bis zum nächsten Mal.